Grüß dich wohl, meine Freunde, und willkommen zurück zum Papierstaub-Podcast, diesmal mit Folge 17. Mein Name ist Robin und ich habe natürlich wieder meine Burschen, den Demen dabei. Moin. Unsere andere Bursche, der Janik, der fehlt leider. Ich dachte, fürs Intro mache ich es einfach mal. Muss ja nicht, muss ja nicht, ich höre jetzt auf, um nicht alle zu verschrecken. So, Janik ist leider immer noch abstinent. Ja, der hat Prüfungsstress, haben wir vollstes Verständnis für und wir wünschen ihm alles Glück der Welt. Gute für seine Noten. Genau. Und auch, dass er bald wiederkommt. Ja, bitte komm wieder. Janik, wir vermissen dich, wo auch immer du bist. Hörst du, was wir tun müssen im Intro? Hörst du das? Wir sind verzweifelt. Ganz verzweifelt. So, nee, aber wir hatten ja letzte Folge schon angekündigt, dass du zur Buchfolge, Folge, ja, zur Buchfolge, ja, zur Buchmesse gehst. Genau, aber wollen wir davor nicht, willst du davor nicht erst mal erzählen, was bei dir so passiert ist? Was war voll gar nicht so ultra viel. Komm, du hast gerade voll die Einbrecher verjagt, hast du mir gerade erzählt. Achso, das meinst du, ja, das war, ist auch schon, ja gut, das war natürlich echt krass. War nachts bei mir so, Einbrecher am Gartentor und ich habe sie richtig männlich mit meiner Taschenlampe verjagt. Krass, damit haben sie nicht geregnet. So machen das die Männer. Ne, ich habe sie mit Licht vertrieben. Das muss man erst mal schaffen. Vielleicht waren es auch die Viecher aus Salem Wake. Weiß man nicht, ne? Ja, das kann natürlich auch sein. Dann sind sie geflohen so. Oder es waren Vampire. Oh mein Gott, ich habe Vampire aufgehalten. Aber solange du die nicht reinbittest, kommen die auch nicht rein. Also ist alles gut. Ja, das stimmt. Das stimmt. Sonst ist eigentlich nicht so ultra viel passiert. Also ich war gestern mit meiner Freundin in Dortmund shoppen. Krass. Ja, aber es ging verhältnismäßig schnell. Also ich habe kein Harakiri begangen und so und ich habe auch gar nicht gemeckert dieses Mal. Krass. Ich war so stolz auf mich. Unglaublich. Und was ist bei dir so los gewesen? Bei mir war ziemlich viel los. Ich bin ja Samstag auf der Buchmesse gewesen, aber davor war am Donnerstag noch ein Konzert, auf dem ich war. Schon wieder? Ja, schon wieder. Heftig, ne? Krass, Mann. Diesmal von Audio 88 und Yesin mit DOS 9 und Toki Tok als Vorband. Und es war richtig, richtig gut. Das war vielleicht... Das klingt richtig schisselmann nissel, Mann. Ich kenne die Namen nicht, aber... Ja, also... Das sind Hip-Hop-Namen. Ich muss sagen, das war vielleicht fast das beste Rap-Konzert, bei dem ich bisher war. So was die Performance anging und... Sag mal, wie tanzt man eigentlich bei Rap-Konzerten? Heben die nur so ihre Arme und singen so mit oder so? Man hebt die Hand hoch, ja. Also das ist dann aber schon äußerste Verausgabung. Also wenn die Hand gehoben wird, dann ist es schon richtig krass. Okay, achso. Ansonsten werden Köpfe geneckt. Genau. Achso, okay. Ja. Und ja, Audio und Yesin machen halt... Also haben früher ziemlich harte und sperrige Musik gemacht. Audio 88 hat damals zum Beispiel auch noch nicht gereimt, tatsächlich. Ja. Und die hatten sehr... Ja, muss ja auch nicht Prosa-Form. Nee, nee. Und sie hatten halt sehr harte Texte. Ähm... Und das hat sich jetzt über die Jahre ein bisschen, also... Die Audio 88 hat jetzt nicht die Assoziation, die ich jetzt glaube, ne? Nee, nee. Das 88 steht für Hip-Hop. Achso. Mhm. So. Äh... Zitat von denen. Und ähm... Ja. Das war ein wahnsinnig gutes Konzert. Ähm... Hat sich voll und ganz gelohnt. Und das 9, auf den komme ich später dann nochmal zu sprechen, der Vorgruppe war. Ähm... Der hat leider nicht so viel Liebe bekommen, wie er verdient hat. Ähm... Der macht halt auch sehr spätige Musik. Was heißt denn Liebe? Schlüpfer... Schlüpfer auf der Bühne, oder? Ja, das wäre so das Mindeste. Ähm... Ähm... Äh... Äh... Nee, der... Hättest du nochmal machen können. Er macht jetzt halt nicht unbedingt so die Musik, wo man unbedingt krass mitmacht oder... Weiß ich nicht. Also, der macht sehr, sehr gute Musik. Ähm... Aber er war... Also, war auch live hervorragend, aber den kannten auch, glaube ich, nicht so viele Leute. Ähm... Ja. Also, er hat dann nur mäßige Zustimmung bekommen oder Applaus, oder? Ja, das war am Anfang ein bisschen verhalten zumindest. Ähm... Das hat sich am Ende auch ein bisschen gelockert und er kam dann auch noch für zwei Songs auf die Bühne, äh... Die er dann mit dem performt hat. Und da, ähm... Ging die Leute auch gut mit ab. Mussten wahrscheinlich erst mal warm werden. Keine Ahnung. Ähm... Ja, aber das Konzert war auf jeden Fall richtig gut. Und Samstag bin ich dann auf die Buchmesse gefahren. Ähm... Ja, nee, konnte leider nicht da sein, weil er zeitlich verhindert war wegen Schule. Ähm... Das passiert. Aber dafür sind wir nächstes Jahr bestimmt alle da. Ja, da sprechen wir das mal eher ab. Genau, das planen wir dann mal ein bisschen weiter im Voraus. Und, ja, ein Tag reicht natürlich noch lange nicht, um irgendwie alles da zu sehen. Ähm... Ja, auf keinen Fall. Was mich sehr geärgert hat, war, ähm, dass ausgerechnet Freitag, äh, Martin Suter da war und Bücher signiert hat, wo ich auch sehr gerne dabei gewesen wäre. Ähm... Ja. Du warst doch Freitag da oder nicht? Nee, Samstag. Ach so. Ups, Entschuldigung. Und... Ich dachte schon ganz, äh, hä? Und, aber Samstag war Sebastian, äh, Fitzek da. Ah, okay. Und die Schlange war einfach... Und den haben sich bestimmt geprügelt, um den Fitzek, ne? Die Schlange war einfach endlos. Ja, das kann ich mir denken. Wir sind an dem Stand aus Versehen vorbeigelaufen, weil, ne, und da war halt einfach total der Stau. Wir waren da so für fünf Minuten oder so, quasi bewegungslos. Und wir sind dann einmal um den Stand rumgegangen und die Schlange ging halt ernsthaft durch die gesamte Halle. Boah, Junge. Das ist einfach... Ja, das kann ich mir vorstellen. Das war halt richtig heftig. Und ja, ich hab mir... Es ist ja auch so eins der Daten, wo es einmal gesammelt ist, wo alle Autoren sind. Es gibt ja vielleicht manchmal, ähm... Ja, weiß ich nicht. Machen die überhaupt noch so kleine Lesungen? Ich war zum Beispiel mal auf einer Lesung von Dirk Bernemann. Das wird... Niemand wird den kennen wahrscheinlich. Also, ich hab die Unschuld kotzen sehen, wird wahrscheinlich schon mehr Leuten was sagen. Hat das geschrieben. Und auf der... Bei dem war ich auf einer Lesung, äh, in einem... In einer Mode-Boutique. Oben in den Räumen. Da hatten die so eine kleine Bühne und ich schwör, da waren... Also, da waren maximal irgendwie 20 Leute. Ja, ja, also es gibt auch noch... Aber das ist natürlich für so einen Autor wie Sebastian Fitzek natürlich, ähm... Ja, ne, natürlich. Ich frag mich halt nur, gibt's überhaupt da noch andere? Weil ich seh das sonst irgendwie auch nie. Oder muss man dann die Autorenseite total verfolgen? Ja, also, ähm... Bin ich da zu wenig Stalker, weiß ich, veranlagt für? Ja, wahrscheinlich. Also, ich hab halt, ähm, der einzige Autor, zu dem ich denn hingegangen bin oder gehofft hab, dass der da ist, ähm, war Robert Deutsch. Der hat nämlich, ähm, eine Graphic-Novel veröffentlicht, parallel zur Buchmesse. Über Alan Turing. Die richtig, richtig gut ist. Die muss ich auch nochmal vorstellen demnächst. Und, ähm, die ist, also, kostet 30 Euro, ist aber sehr groß, also, ein großes Format und sehr hochwertig, genau. Also, hat irgendwie 180 Seiten oder so, ähm... Ja, das ist schon relativ viel für ein Graphic-Novel. Und, äh, granjose Zeichnung, äh, an dem man sich wirklich nicht satz sehen kann. Der hat halt so einen einmaligen Stil, der hat beispielsweise auch, ähm, das Cover von der... Hat das alles? Hm? Hat das alles auch selber gezeichnet? Ja, genau, gezeichnet und geschrieben. Also, Geschichte und Zeichnung ist alles von ihm oder was? Ach so, okay, krass. Und, ähm, der hat beispielsweise auch das Cover gemacht von der Premium-Edition von Hexenkessel von Brangstynatra und Morlock Dilemma. Ähm, eine Doppel-Vinyl quasi, also zwei Platten. Das hab ich mich schon immer gefragt, wer das Cover von denen gemacht hat. Ja, heftig, ne? Und, also, durch dieses Cover hab ich den halt überhaupt erst kennengelernt. Äh, und bin den dann bei Instagram gefolgt und hab dann da gesehen, dass er Samstag auch auf der Buchmesse ist und hab mir das dann nochmal unterschreiben lassen. Und, äh, ja. Ja, das ist cool, wenn man das dann eher zufällig sieht dann, dass da jemand da irgendwie ist, ne? Ja, genau. Und hab mir das dann, haben wir noch ein bisschen über Dilemma und so geschnackt. Das war auch ganz lustig und, äh, aber da war halt auch... Er hat dir was Süßes in deinem Buch gemalt, hab ich gesehen. Ja, genau. Das ist, äh, im Avant-Verlag gewesen und da waren, also da war halt keiner, ne? Das ist nur so ein ganz kleiner Stand gewesen und, äh, er saß da halt rum und, ähm, das war ganz entspannter. Also, das gibt's halt auch noch, aber bei den großen Autoren natürlich, ähm, das war halt echt krass, wie bei Sebastian Fitzek einfach durch die Schlange durch die ganze Halle ging. Ähm, schon absurd irgendwie. Hat sich ein bisschen angefühlt wie auf der Gamescom. Ja, das ist auch, ne? Da kommst du rein, morgens um zehn und kannst dich bei einem Spiel anstellen und selbst da stehst du dann schon eine Stunde und alles andere, also AAA, kannst du vergessen, so. Ja. Außer du sitzt halt gerne vier Stunden irgendwo in der Schlange, ne? Ja, ja, und dann war ich noch auf der Manga und Comic-Con, die ja auch da ist und, äh, das war ein ganz schöner Overkill, muss ich sagen. Also, ich war noch mit einer Freundin und einem Kumpel dabei und die Freundin war halt auch schon ein paar Mal auf der Wufmesse davor, ähm, und die meinte, dass es noch relativ, äh, leer war im Feld, nicht so den Vorjahren, gerade am Samstag und in der Halle. Aber du wirst da einfach, also in der, da sind halt nur Cosplays quasi. Ach so, okay. Und, äh. Also alle laufen da irgendwie kostümierter durch die Gegend. Genau, und das ist, also, das ist halt ein totaler Overkill, so. Und du hast nur Stände mit Mangas und Merch und Zeichnen und, äh, sonst was und das ist richtig krass gewesen. Ja, Pano Overloud. Naja, und dann haben wir noch viel Zeit, äh, draußen verbracht rumzusetzen und, äh, Leute zu beobachten und Cosplays zu verurteilen. Die DDR, die DDR-Methode. Ja. Irgendwas müssen wir ja lernen. Ähm, und, äh, ja, da gab's auch teilweise richtig gute Cosplays. Ähm, es gab drei von Bloodborne, die zusammen rumgelaufen sind. Einer war ein normaler Hunter, einer war ein Zauberer mit so weißem Gewand und Zauberstab und einmal die, ähm, die einen auflevelt, ähm, die Tante. Und die sahen einfach so gut aus. Die Rufmeiter. Genau, und die Kostüme waren halt der Wahnsinn. Ähm, so übelst Detailgetreu und sah halt voll echt aus und supergut. Und dann waren teilweise natürlich auch, also es gab, äh, Dutzende Joker in allen Variationen, ähm, von Heath Ledger bis, äh, Jared Leto. Ja, witzig. Und, äh, viele Links natürlich auch und Ruffys. Ja. Die ja alle eher einfach sind und die meisten sahen auch echt, äh, äh, ja, also günstig aus. Oder eher für... Gumm, gumm, Currywurst. Genau, und, ähm, ja, das waren dann auch schon fast die Highlights. Ich bin dann noch eine Woche im Harz gewesen in Quedlinburg. Im Harz, aber. Genau, und... Hast du dir einen geharzt im Harz? Leider nicht, aber... Oh. Traurig. Ja, miese Zeiten, wie gesagt, ähm. Ist echt so. Ja, nee, Quatsch. Aber, ähm, ja, da hab ich dann noch ein paar schöne Bilder gemacht und das war auch eine entspannte Woche. Und jetzt geht die Uni wieder los. Oh, nein. Ich hab noch ein bisschen länger. Ja, ist nicht einfach. Ha, nee, ist so schuld. Haben wir ja auch nicht mehr so Bock drauf irgendwie, ne? Nicht so wirklich, nee. 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 Ja, das war's auch schon fast von der Buchmessung. So, das war's schon von dir. Ach so, nee, ich hab noch, ähm, Jan-Philipp Zimni. Sagt dir der was? Nein. Der ist, äh, Poetry-Slammer und ich bin ja eigentlich nicht so der Freund von Poetry-Slams, ähm, außer sie kommt von Andi Strauß und, und halt von, er hat auch... Ich war übrigens auch da bei der Lesung von Diop Gernemann. Ach, supercool. Ruhigfach. Ähm, und der hat zum Beispiel, also Jan-Philipp Zimni hat ein ziemlich bekanntes Ding gemacht, was ich auch gesehen hab, Physik ist schön. Niemand braucht Physik, heißt es. Ähm, was, äh, wirklich gut und lustig ist und der hat auf der Buchmesse, ähm, ein bisschen Ausschnitte aus seinem Roman vorgelesen, ähm, so ein kurzer Roman, irgendwie so um die 100 Seiten oder so und, äh, das war sehr lustig, ähm, das hatte so ein bisschen was von den Känguru-Chroniken, so was den, äh, Stil angeht und die Wortwahl und so. Ja. Ähm, kann man sich auch zu Gemüte führen, also wer seine Texte mag und so, ähm, für den wird das auf jeden Fall auch was sein. Ja, cool. Ja, das war's auch schon. Das war's schon mit dir, ja? Ja. Aber du bist der Erste, der heute seinen Buch vorstellen darf. Krass. Krass. Okay. Was hast, was, was hast du uns denn heute mitgebracht, liebe Team? Ich habe uns heute mitgebracht ein, äh, Buch von Haruki Murakami, den wir ja bereits schon mit Kafkan am Strand hatten. Dankeschön. Ähm, und zwar heißt das Buch Südlicht der Grenze, Westlicht der Sonne und, ähm, ist das erste Mal in Deutschland 2000 erschienen. Ähm, in Japan, äh, wurde das 92 veröffentlicht und, ähm… Dass die Deutschen das immer so mega spät erst veröffentlichen, ne? Ja, ich glaube, japanisch ist auch… Meto und so war das auch so. Ja, aber ich glaube, japanisch ist auch normal. Und gerade in den 90ern so, ich weiß nicht, ob da schon so… Ja, warum nicht? Ja, okay. Sind die Japaner keine Menschen oder was? Nur weil die so komische Augen haben? Wow, oh mein Gott. Wow. Okay. Furchtbar. Und, äh, ja genau, 2000 ist es erschienen unter dem Titel Gefährliche Geliebte, ähm, und, äh, wurde vom Japanische ins Englische und vom Englische dann ins Deutsche übersetzt. Oh Gott, wirklich? Ähm, ja, ernsthaft, äh, was bei japanischen Büchern und anderen Fremdsprachen, die jetzt nicht unbedingt Englisch sind, äh, ja öfter geschieht, weil das für die Verlage natürlich einfach günstiger ist. Was? Äh, das Englische zu übersetzen als, äh… Was? Was? Das ist doch so, als würdest du stille Posten mit dem Google-Übersetzer spielen. Ja, es macht halt gar keinen Sinn, denn im Endeffekt natürlich… Ja, das ist ja nicht, du hältst ja nicht mal ansatzweise dann das Buch, was der dann geschrieben hat, weil dann macht der eine Übersetzer seinen Scheiß und dann macht der nächste Übersetzer seinen Scheiß und dann, keine Ahnung, hast du zwei Übersetzer da mit drin. Genau, und, ja, Erik Jaroszynski hat mal gesagt, Übersetzungen sind der Wald, in dem Bäume verloren gehen. Ja. Und, ja, genau so ist es und es ist eben, ähm, 2010 nochmal neu erschienen, im DuMont-Verlag oder im Taschenbuchformat im, äh, BTB-Verlag, was ich ja auch hier vorliegen hab, ähm, mit der neuen Übersetzung von Ursula Gräfe, die Standardübersetzerin von Murakami. Ja, das aber direkt aus dem japanischen Übersetzer, ne? Ja, genau. Und auch den Originaltitel übernommen, südlich, der Grenze westlich der Sonne. Ja. Ähm. Sieht man schon den Unterschied. Ein bisschen, ne? Ja, und, äh, es geht um, äh, Hajume, das ist der Protagonist und man lernt ihn am Anfang, also er schreibt quasi retrospektiv und erzählt von seiner Jugend und, ähm, als er so um die zwölf ist, ähm, er ist Einzelkind in, in einer Welt, in der, äh, also in Japan, in der, äh, äh, Einzelkinder eher die Ausnahme sind und er das einzige Einzelkind quasi im Dorf und in der Schule war und so und wurde deswegen immer ein bisschen, ähm, gehänselt. Ja, nicht unbedingt gehänselt, aber er, äh, äh, ja, genau. Aufgezogen. Äh, ja, also, er hatte jetzt nicht so viele Freunde und so, sag ich mal so. Und er lernte dann, ähm, ähm, jemanden kennen, ein Mädchen, ähm, das genauso alt war wie er, das neu in seine Klasse kam und ebenfalls Einzelkind war, äh, namens Shimamoto und, äh, die beiden hatten, ja, eine innige Freundschaft, ähm, haben viel miteinander geredet, viel Musik zusammen gehört, äh, bis, äh, er dann irgendwann weg zu, äh, ja, wegziehen musste. Die klassische Jugend-Love-Story. Genau, und er war sich, äh, damals, also, mit zwölf Jahren natürlich jetzt noch so keiner Erotik oder irgendwelchen sexuellen Gefühlen oder so bewusst, äh, die man da hatte. Er fühlte sich einfach nur sehr hingezogen zu ihr und, äh, sehr verstanden. Und, äh, ja, dann haben sie sich halt aus den Augen verloren. Es geht dann weiter mit seiner Jugend, äh, also später in der Jugend, so mit 16 Jahren und, ähm, da lernte dann eine Freundin, oder hatte dann eine Freundin namens, äh, Izumi, die er schwer verletzt, indem er, äh, sie mit ihrer Cousine betrügt, ähm. Achso, ich dachte, er tut dir was an, so. Nee, nee, äh, nur. So, wie, jetzt, was? Nein, nur seelisch verletzt, nur die gute Art von Schaden, äh. Ja, nee, aber, also, ich weiß nicht, ist schon noch ein Unterschied. Ja, ähm, also, er hat sie halt betrogen, mehrmals. Ja, okay. Und. Ja, ist auch nicht schon gut, also, ich will das jetzt gar nicht hier, äh. Mhm, und, äh, das hat sie auf jeden Fall, äh, sehr schwer getroffen, und. Und dann auch noch mit der Cousine, wie asozial. Ja, ja, also, zu der hat er sich halt auch sehr hingezogen gefühlt, seit, äh, Shimamoto weg ist, halt nicht mehr so sehr zu einer Frau wie zu ihr. Und, ja, die beiden haben sich dann getrennt, äh, nachdem er sich für die Uni beworben hat und auch angenommen wurde und so. Und, ähm, ja, die beiden haben daraufhin dann kein Wort mehr miteinander gesprochen, obwohl es, obwohl er es versucht hat, ähm, aber Izumi halt einfach keinen Kontakt mehr zu ihm haben wollte. Warum so? Mhm. Und. Ich verstehe das gar nicht. Und, ähm, da kommt noch ein kleiner Sprung und, ähm, die Studienzeit wird quasi komplett übersprungen. Er sagt halt nur von sich, dass er da sehr einsam war und sehr zurückgezogen gelebt hat und, ähm, keine Freundin hatte oder so und auch nicht viele Freunde. Und er hat Literaturwissenschaften studiert und wie jeder, der Literaturwissenschaften studiert hat, ähm, ist die Joblage natürlich sehr schlecht. Und, äh, er muss, ähm, äh, als, ähm, ja, er arbeitet bei einem kleinen Verlag, der Schulbücher rausbringt und die muss er halt korrigieren. Und das macht er so für ungefähr acht Jahre und beschreibt halt wie, also er hasst diesen Job wirklich und wird quasi immer leerer und wird irgendwie immer depressiver und, ähm, ja, will auch nicht so wirklich Kontakt mit anderen haben und so, bis er dann, äh, noch eine Frau trifft, die er bei einer Reise kennengelernt hat, als er alleine irgendwo hinfuhr. Äh, Yukiko heißt sie und mit der heiratet er dann. Alter, die Namen in den Murakami-Büchern sind immer richtig, das ist für uns westlichen Menschen sehr, sehr schwierig. Ja, aber mehr Namen gibt's halt auch nicht. Ähm, also das sind wirklich die drei Frauen, um die es geht. Ja, okay, ja, das ist das Gute, dass es sich dann auf vier, fünf Leute nur beschränkt. Genau. Ja, na gut. Und, äh, die heiratet er und, ähm, mit der bekommt er auch zwei Kinder, zwei Töchter. Und, ähm, ja, sein Schwiegervater ist, äh, Bauunternehmer und, äh, finanziell ziemlich gut gesittet und will sein Geschäft erweitern und hat gerade zwei, ähm, ja, gerade ein, ein Haus bauen lassen, äh, das, das sich unser Protagonist denn, ähm, kauft und das, ja, in Raten wieder zurückzahlt und, äh, da eröffnet er dann eine Jazzbar, ähm, die ziemlich gut läuft und wenig später eröffnet er auch noch eine zweite, die ebenfalls sehr gut läuft und, ähm. Komischer Schachzug. Ja. So, ich leite mir Geld für das Haus und dann mache ich eine Jazzbar auf. Ja, also. Also, dass die gut läuft, ne, eine Jazzbar, ne, also jetzt mal. Ja. Keine Ahnung, wie das in Japan ist, ne, aber hier, versuch mal hier eine Jazzbar aufzumachen. Ja, gut, äh. Du wirst nicht gewinnen, du wirst wahrscheinlich keine Woche über die Eröffnung hinauskommen. Ja, jetzt lass das doch mal schön romantisiert, Mensch. Entschuldigung, ist ja okay. Mit Jazzbar ist doch so geil. Ähm. Ich wollte auch noch mal fragen. Ja, ja, ist okay. Ich wollte ja noch mal fragen, ob das vielleicht der kulturelle Unterschied ist. Ich würde das ja freuen, wenn die Japaner mehr Jazz hören würden. Ich glaub da nur nichts dran. Und, äh, naja, auf jeden Fall, ähm, läuft das alles sehr gut und er hat ein ziemliches Händchen dafür und, ähm, legt sein Geld gut an, äh, nimmt die Tipps von seinem Schwiegervater da an und investiert das in den Aktien und ist halt gut gesittet und, äh, hat irgendwie ein Vier-Zimmer-Apartment und zwei Wagen und, ähm. Ja, hat Kohle gescheffelt. Ja, genau. Er kann gut leben. Und, ähm, er hat, als er noch, äh, in dem Verlag gearbeitet hat, kurz zuvor er denn seine Frau kennengelernt hat, ähm, glaubte er, Shimamoto noch mal zu sehen auf der Straße in Tokio, ähm, an der Shibuya-Kreuzung, ähm, weil sie, äh, hatte, äh, sie war gehbehindert und, äh, hat halt das Bein nachgezogen, ähm, und er meinte... Schon immer? Ja, genau. Achso. Und er meinte, das halt wiedererkannt zu haben, die genaue Gangart und alles und ist ihr dann gefolgt und hat sich nicht getraut, sie anzusprechen, ähm, und bis sie dann in einem Café war und dann, äh, saß sie da eine Stunde oder so und er hat sich immer noch nicht getraut, sie anzusprechen, bis sie dann losgegangen ist und in den Taxi steigen wollte und gerade, als sie dann angesetzt hat, packt ihn jemand an den Arm und sagt halt, ähm, warum verfolgen sie die Frau und so und ich weiß, dass die für jemanden arbeiten und nehmen sie einfach das Geld und lassen sie es bleiben und kriegt dann einen Umschlag mit 10, 10.000 Yenscheinen, glaube ich, äh, zugesteckt und, äh, ja, äh, ist sich halt völlig unsicher daraufhin. Das sind so, das sind so Murakami-Bücher und bis zu einem gewissen Punkt hat man alles schon mal gelesen und dann kommt sowas und man denkt, okay, okay. Ja, genau, man denkt, okay, so. Und, äh, ja, er hat einen Artikel geschrieben, äh, schreiben lassen in der, in irgendeinem Magazin über seine Jasper und wie er die betreibt und so und, ähm, daraufhin kommen auch viele seiner Schulfreunde und so zu ihm, ähm, oder Leute, mit denen halt man zur Schule gegangen ist und, ähm, eins von den Gesprächen nehme ich auch als Auszug, ähm, da unterhält er sich mit seinem alten Klassenkameraden und, äh, äh, sie unterhalten sich über Izumi, ähm, die hat der Freund von ihm nämlich wiedergesehen. Izumi, so cheeky. Und, äh, wie die Sachlage bei ihr ist, das erfahrt ihr jetzt. Und was denkst du? Worüber? Über Izumi Ohara natürlich oder ihre Doppelgängerin. Du hast sie doch im Aufzug gesehen. Wie wirkte sie auf dich? Sah sie aus, als gehe es ihr gut oder er nicht? Sowas eben. Er überlegte. Sie sah nicht schlecht aus. In welcher Hinsicht nicht schlecht? Er schwenkte sein Whiskyglas und die Eiswürfel klirrten. Natürlich ist sie älter geworden. Immerhin ist sie 36, wie du und ich. Der Stoffwechsel wird langsamer, die Muskeln erschlaffen. Man bleibt nicht ewig jung. Natürlich nicht, sagte ich. Komm, reden wir von was anderem. Vielleicht war sie es ja auch doch nicht. Mit einem Seufzer legte ich beide Hände auf den Tisch und sah ihn an. Aber ich muss es wissen. Ehrlich gesagt haben Izumi und ich uns kurz vor Ende der Schulzeit auf ziemlich scheußliche Weise getrennt. Ich hab mich unsäglich benommen und ihr sehr wehgetan. Bis dann. konnte ich nie herausfinden, wie es ihr geht. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist und was sie macht. Das liegt mir schon die ganze Zeit auf der Seele. Deshalb möchte ich, dass du mir alles ehrlich sagst. Ob es nun erfreulich oder unerfreulich ist. Du weißt genau, dass sie es war, oder? Er nickte. Na gut, wenn das so ist. Ja, sie war es. Ohne jeden Zweifel. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen. Wie sah sie nun wirklich aus? Er schwieg einen Moment. Eins muss ich dir vorher noch sagen. Ich war ja auch in einer Klasse mit ihr und fand sie ziemlich hübsch. Ein nettes Mädchen. Sympathisch. Richtig süß. Keine ausgesprochene Schönheit, aber auf ihre Art sehr anziehend. Sie hatte was, stimmt's? Ich nickte. Willst du es dir wirklich hören? Ja, will ich, sagte ich. Vielleicht ist es schmerzhaft für dich. Egal, ich will alles wissen. Er nahm einen Schluck Whisky. Ich habe dich damals immer beneidet. Eine Freundin wie Izumi hätte ich auch gern gehabt. Jetzt kann ich es wohl gestehen. Ihr Gesicht hatte sich mir genau eingeprägt. Deshalb erkannte ich sie auch nach 18 Jahren sofort, als ich sie in dem Aufzug sah. Damit will ich sagen, dass ich keinen Grund habe, schlecht über sie zu reden. Für mich war es auch ein Schock. Ich wollte es zuerst gar nicht glauben. Aber man muss es so sagen, sie ist nicht mehr attraktiv. Ich presse die Lippen zusammen. Wie meinst du das, nicht mehr attraktiv? Die meisten Kinder im Haus haben Angst vor ihr. Angst? Fragte ich. Ich sah ihn verständnislos an. Wahrscheinlich hatte er sich falsch ausgedrückt. Was heißt das? Wieso haben sie Angst? Ach, lass doch. Am besten wir reden nicht darüber. Wir hätten gar nicht davon anfangen sollen. Sagt sie irgendetwas zu den Kindern? Nein, sie redet mir niemandem. Habe ich doch gesagt. Das heißt, die Kinder fürchten sich wegen ihres Aussehens vor ihr? Ja, sagte er. Hat sie irgendwelche Narben? Nein. Was ist es dann? Er trank von seinem Whisky und stellte das Glas behutsam auf der Theke ab. Eine Weile sah er mich nur an. Er wirkte ratlos und schien sich unbehagend zu fühlen. Aber es lag noch ein anderer Aufdruck aus seinem Gesicht. Plötzlich erkannte ich den Schwuljungen von damals wieder. Er hob den Kopf und sah in die Ferne, als folge seinem Blick dem Laufe eines Flusses. Ich kann es nicht beschreiben, sagte er dann. Und ich will es auch nicht. Hör auf, mich zu löchern. Du müsstest sie mit eigenen Augen sehen, um es zu verstehen. Man kann das jemandem, der sie nicht selbst gesehen hat, nicht beschreiben. Ich sagte nichts mehr und nippte nur an meinen Wodka-Gymlet. Seine Stimme klang ruhig, aber ich konnte heraushören, dass weiteres bohren zwecklos war. Danach erzählte er von den zwei Jahren, die er in Brasilien verbracht hatte. Es ist kaum zu glauben, sagte er. Aber in Sao Paulo habe ich einen getroffen, mit dem ich in der Mittelstufe war. Arbeitete er dort als Ingenieur bei Toyota. Natürlich hörte ich kaum noch zu. Beim Aufbruch klopfte er mir auf die Schulter. Weißt du, sagte er, die Zeit stellt alles Mögliche mit uns Menschen an. Ich weiß ja nicht, was damals zwischen euch gewesen ist, doch was immer es war, du trägst keine Schuld. Jeder macht irgendwann einmal eine solche Erfahrung, mich eingeschlossen. Ich lüge nicht. Auch ich habe etwas ähnliches mitgemacht. Es ist nichts zu ändern. Jeder lebt sein eigenes Leben. Du kannst nicht die Verantwortung für andere übernehmen. Wir sind in einer Art Wüste. Wir müssen uns nur damit abfinden. Hast du in der Grundschule den Film Die Wüste lebt von Walt Disney gesehen? Klar, sagte ich. Unsere Welt funktioniert genau wie in dem Film. Wenn es regnet, blühen die Blumen und wenn es nicht regnet, verdorren sie. Die Insekten werden von den Eidechsen gefressen und die Eidechsen von den Vögeln. Aber letztendlich müssen alle sterben. Und aus dem Tod erwächst das Neue. Eine Generation stirbt und die nächste tritt an ihre Stelle. Das ist unsere Bestimmung. Jeder lebt auf seine Weise und stirbt auf seine Weise. Das ist ganz normal. Das Einzige, was bleibt, ist die Wüste. Das Einzige, was wirklich lebt, ist die Wüste. Als er gegangen war, trank ich allein weiter. Die Gäste gingen, die Bar schloss und die Angestellten räumten auf. Noch immer blieb ich alleine dort sitzen. Ich wollte in diesem Zustand nicht nach Hause gehen. Ich rief meine Frau an und sagte ihr, dass ich noch länger in der Bar zu tun hätte. Dann löschte ich die Lichter und trank im Dunkeln meinen Whisky. Ich trank ihn pur, weil es mir zu viel Mühe war, Eis zu holen. Ich dachte darüber nach, wie nach und nach alles verschwand. Einiges war ganz plötzlich nicht mehr da. Anderes verschwamm mit der Zeit, bis es sich schließlich auflöschte. Was blieb, war nur die Wüste. Als ich kurz nach Tagesanbruch die Bar verließ, fiel leichter Nieselregen auf die Ayoama Dori. Ich war todesmüde. Lautlos benetzte der Regen die Sturm wie Grabsteine aufragenden Gebäude. Ich ließ meinen Wagen auf dem Parkplatz hinter der Bar stehen und ging zu Fuß nach Hause. Unterwegs setzte ich mich einen Moment lang auf die Leitplanke und beobachtete eine große Krähe, die krächzend auf einer Ampel saß. Um vier Uhr morgens wirkte die Stadt besonders schäbig und schmutzig. Überall lauerten die Schatten von Zerfall und Zersetzung und ich selbst gehörte dazu. Wie ein in eine Mauer eingebrannter Schatten Ja und wenig später in eben jener Bar taucht dann Shimamoto auf und er sieht sie zuerst gar nicht und sie sitzt da bis kurz vor Mitternacht und trinkt halt ihre Cocktails und spricht ihn dann auch irgendwann an und er kann es gar nicht glauben, dass sie wirklich da ist. Und ja, von da an Aber er hat doch Geld gekriegt, sich von den Fernsehern. Ja, das ist halt auch schon wieder zehn Jahre her und er ist mittlerweile halt 37 Jahre alt und ja, viel mehr will ich auch eigentlich gar nicht sagen. Wann geht der Shit ab oder was? Genau, ab da tritt sie in sein Leben und wirft alles durcheinander. Und ja, das Buch ist halt schon in erster Linie ein Liebesroman. Und ich hatte halt einfach mal wieder Lust auf einen Liebesroman. Ich weiß nicht warum. Ja, manchmal hat man sowas halt. Und ja, das ist halt typisch Murakami halt wirklich wunderschön geschrieben. Einfach schöne Dialoge, schöne Beobachtungen und Beschreibungen. Einfach alles sehr poetisch mal wieder und gut auf den Punkt gebracht. Denn das Buch hat auch nur 220 Seiten und liest sich wirklich locker durch. Also ist nicht langweilig und wirklich leicht zu lesen. Und es geht halt viel. Um den Tod und um die Wahrnehmung der Realität, die man glaubt. Denn bis zum Ende, also gerade sie treffen sich dann auch noch öfter in der Bar. Ich weiß nicht, Murakami schafft das irgendwie ganz gut, das hinzukriegen, dass man anzweifelt, ob das gerade wirklich passiert ist. Weil ja auch ganz viel über die Realität philosophiert wird quasi. Und dass sich der Protagonist immer so fühlt, als wäre er nicht mehr in seinem eigenen Körper oder würde den verlassen und sowas. Also ja, viel philosophische Sachen über die Realität und Wahrnehmung, die da gemacht werden. Und ja, es ist ein bisschen, also ich kann verstehen, wenn man das mit dem Ende vielleicht nicht hundertprozentig zufrieden ist. Weil Shimamoto wirklich sehr geheimnisvoll und mysteriös ist. So ein bisschen, sie ist schon so eine femme fatale, dass sie auch irgendwie alles, ja, so am Anfang ins Positive, aber am Ende dann doch irgendwie ein schlechter reißt. Und man erfährt halt nichts über sie. Das ganze Buch nicht. Man weiß nicht, was sie in der Zwischenzeit gemacht hat. Sie erzählt nur ein bisschen von ihrer Schulzeit. Aber man weiß nicht, was aktuell bei ihr los ist. Sie arbeitet nicht. Sie sagt, sie hat noch nie gearbeitet in ihrem Leben, zieht sich aber halt immer so an, als wäre sie ... Als hätte sie sehr viel Geld. Genau, ist aber auch nicht verheiratet. Also hat auch immer noch ihren Nachnamen und keinen Ring. Und verschwindet auch einfach mal für sechs Monate zwischendurch. Und man, also sie ist halt sehr geheimnisvoll. Und ja, das wird halt nicht aufgelöst. Aber wenn man damit leben kann, findet das Buch, also meiner Meinung nach, ein richtig tolles Ende. Und sowohl für den Protagonisten, als auch für sein Leben und seine Frau und seine Familie. Und ja, ein einfach sehr schön geschriebener Liebesroman. Natürlich auch teilweise wieder Murakami-typische Sexszenen. Na, okay. Sehr, sehr detailliert. Ja, schon. Also es wird mehrmals heftig eakuliert, Zitat. Mehrmals heftig eakuliert. Ja. Aber es ... Ja, das ist halt Murakami. Aber auch da wieder, wie bei Kafka am Strand, es wirkt eigentlich ganz gut in dem Moment. Und es reißt dann eigentlich nicht raus aus dem Buch, was ja eigentlich am wichtigsten ist. Und ja, das Buch hat auch ein Stückchen traurige Bekanntheit erlangt. Denn das war, als es rausgekommen ist, im literarischen Quartett Thema. Und Helmut Karasek hat das vorgestellt. Und daraufhin sind Sigrid Löffler und Marcel Reich-Ranitzky in einen legendären Streitgespräch gekommen. Ja. Woraufhin sich sie dann auch von dem literarischen Quartett getrennt hat. Und Marcel Reich-Ranitzky meinte auch, dass im Nachhinein, dass er da zu weit gegangen ist und dass das das Ende besiegelt hat von der Konstellation. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die alten literarischen Quartett-Folgen ja auch mal gesehen und fand es auch einfach nicht wirklich gut oder informativ wirklich. Das ist einfach nur der Ranitzky, der halt die ganze Show eigentlich an sich gezogen hat und immer wieder, wie der Bielow in der neuen Ausgabe, immer wieder dazwischen fährt und immer wieder unbedingt ganz prekär seine eigene Meinung kundtun muss. Muss wirklich auch. Also es ist ja teilweise schon, er kann ja gar nicht anders und er fällt denen teilweise auch wirklich sehr ungehörig ins Wort. Also wirklich, also Unniveau. Weißt du, es ist einfach niveaulos. Fand ich jetzt nicht. An vielen Stellen fand ich doch. Also ich fand, ich fand den sehr niveaulos, wo ich dann gedacht habe, so dafür, dass er ein möchtegernd gebildeter Mann ist, verhält er sich aber ganz schön schlecht. Den anderen, seinen, seinen, seinen Leuten auch gegenüber einfach. Das ist klar, das soll eine Diskussion sein, aber er beleidigt die ganz oft auch und demütigt die. Ja, nee, das ist, also keine Ahnung, ich finde, das ist nicht, das ist kein netter Gesprächspartner so und ich finde das auch nicht polarisierend. Ich finde, das ist einfach nur ein Arschlochverhalten. Ja, finde ich halt. Das kann man natürlich sehen, wie man möchte. Ich fand das nicht gut und das war im neuen Literarischen Quartett mit dem Bielow, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Das ist eigentlich auch ganz cool, weil, äh, zumindest jetzt, weil der Bielow ist nämlich weg, da war nämlich sonst immer so ein sehr kritischer, der sich halt auch immer mit der, äh, Christine Westermann macht er mit. Mhm. Volker Weidemann, Christine Westermann und, ähm, Maxim Bielow. Und Maxim Bielow ist halt ein sehr kritischer Mensch und hat auch immer die Christine Westermann auch immer so sehr angehört. Das hat mich immer sehr an den, äh, Reich-Ranicki erinnert, wo ich dann dachte so, der greift ja auch immer so sehr stark an. Mhm. Teilweise auch persönlich. Ja, aber ich finde, äh, gerade bei der Diskussion, ähm, um gefährliche Geliebte damals. Ja. Ähm, war Sigrid Löffler auch irgendwie, also die hat eigentlich angefangen, damit persönlich zu werden, tatsächlich. Ja, das stimmt, also die haben sich da alle nicht gut verhalten, ich fand halt, also, ne, es geht ja so um die allgemeine. Ja, aber ich fand, dass, dass sie das, also sie hat das ja ziemlich zerrissen, das Buch, ähm, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also, ähm, das, also das Buch hat wirklich so viele großartige Szenen, ähm. Ja, Murakami ist aber auch so, muss man, muss man irgendwie auch mögen und muss man auch irgendwie diese Facette sehen, die der, die der, dem Leser mitteilen möchte und diese, ich kann verstehen, wie, dass man diese Perspektive, nicht einnehmen kann. Mhm. Oder dass es für Leute, für einige Leute schwierig ist, diese Perspektive zu betrachten. Ja. Aus die er seine Geschichten erzählt, weil sie vielleicht auch manchmal anstößig sind, ne, oder anstößig sein sollen. Aber der ist, äh, also, ähm, der Roman ist auf jeden Fall im Verhältnis zu anderen noch wesentlich, äh, geerdeter. Ja. Sag ich mal, also da ist das mit dem Umschlag schon so das Merkwürdigste, das wird auch einfach nicht weitergeführt. Ähm. Das ist halt einfach so. Und, äh, das würde mich ja ein bisschen, das würde mich ja ein bisschen ärgern. Ja, aber wie gesagt, das sind halt so eine Sachen, aber, ähm, von denen man nicht wirklich weiß, ob das gerade passiert ist oder. Ja, okay, verstehe. Ob er sich das irgendwie, ähm, ne? Ausdenkt. Genau, ähm, also es hat mich jetzt nicht gestört, dass da gewisse Handlungsstränge nicht weitergeführt wurden oder so. Okay. Ähm, dafür gab's halt so viele, ähm, Schlüsselmomente und einfach, äh, schöne Szenen, ähm, die das alles wieder rausgerissen haben. Ähm, und ja, ich kann das Buch auf jeden Fall jedem empfehlen, der einen romantischen und nicht kitschigen Liebesroman haben will. Er ist halt schon ziemlich melancholisch geschrieben und sehr traumhaft irgendwie teilweise, aber halt schon sehr schön. Und romantisiert natürlich eine gewisse Zeit, äh, eben mit der Jazzbar und so, ne? Ist klar, aber es ist halt ein wunderbares Setting. Ähm, ja. Also kann ich nur empfehlen. Also klare Leseempfehlung von dir. Ja, ja. Hört sich cool an. Wie viele Seiten hast du das Buch? 220. Wie teuer? Äh, neun Euro. Ja, das geht ja. Und im BTB-Verlag, ne? Genau. So, da haben wir die Infos auch nochmal einmal zusammengefasst. So. So. Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran, ja. Mein Buch diese Woche ist brandaktuell. Mal wieder voll am Puls der Zeit. Ultrakrass, ja. Ist echt so. Am Puls der Zeit Nummer zwei. So, äh, ich hab dieses Mal Armada dabei. Ähm, das ist der zweite Roman des Erfolgsautors Ernest Cline, der mit seinem Ready Player One ja eine ganze Generation an Lesern begeistert hat. Ja, Fans der ersten Stunde vom Papierstau-Kanin. Richtig. Ganz klar. So ist es. Äh, in Folge. Ich hab nicht mal Ahnung, in welcher Folge das war. Ich glaub sechs oder sowas. Mhm. Hab ich das, hab ich das schon mal vorgestellt. Ready Player One. So. Ja. Und deswegen werde ich jetzt hier auch zwischendurch mal, ähm, naja, Referenzpunkte, Parallelen zu Ready Player One ziehen. Mhm. Ähm, von Armada aus, um halt das Ganze zu vergleichen, weil es ist ja natürlich derselbe Autor. Ja. Und es ist auch erst der zweite Roman, dieses Autoren. Genau. Davor kann man es vielleicht auch nochmal erwähnen, hat er den Film Fanboys geschrieben. Ähm, genau. Ähm. Drehbuch Autor. Genau, er ist halt sehr in seinem Nerd-Kosmos gefangen quasi. Richtig, ein Ultra-Nerdy. Ja. Turdy. Fanboys übrigens auch ein sehr schöner Film, ähm, wäre Episode 1 nicht so, wie sie geworden ist. Echt? Ja, also da geht's ja um, äh, so ein paar Freunde, von denen halt einer krank ist und die brechen ja auf die Skywalker Ranch ein und wollen Episode 1, äh, halt zusammen gucken, bevor er stirbt. Ja. Gut, aber ... Cooler Film. Mhm. Ja, den hat er, war ja Screenwriter, also Drehbuchautor. Mhm. Ja, und das Armada ist jetzt vor zwei Wochen auch auf Deutsch erschienen, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass es auf Englisch rausgekommen ist, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr sogar schon im November. Das ist krass, dass das immer so lange dauert, ne? Ja, ich glaube, das liegt daran, ähm, Ready Player One war jetzt zwischendurch ja auch nicht mehr verfügbar, dass anscheinend für das neue Buch und auch ein neuer Verlag gesucht wurde, weil jetzt ist das Ready Player One neu im Fischer Tor Verlag erschienen. Ah, und das ist jetzt auch im S. Fischer Verlag erschienen, ne? Ja, genau. Mhm. Also beide im selben, äh, Verlag und Fischer hatte jetzt so eine Abspaltung, dieses Tor-Netzwerk, was in England schon relativ bekannt ist, ist so ne, ich hab das noch nicht wirklich ganz durchblickt, ich glaube, das ist so eigentlich so eine Website, die dir so News von Fantasy und Science Fiction halt den ganzen coolen Scheiß halt, so ne, so ne Hipster-Seite, die dir halt vor allen anderen erzählt, was cool ist. Mhm. Oh, und die haben auch wohl einen Verlag in den USA und Fischer hat sich wohl mit denen jetzt irgendwie zusammengeschlossen, um dann diese ganzen coolen neuen Sci-Fi-Bücher da runter rauszubringen. Und unter anderem ist jetzt dann auch Ready Player One und Armada unter diesem Tor, Fischer Tor Verlag erschienen, was so ne Abspaltung ist. Ja. Ist aber nix anderes, hat man bestimmt auch schon mal im Laden gesehen. Ja, das steht eigentlich ziemlich präsent überall. Ja, genau, wollte ich grad sagen, in Science Fiction steht das fast überall rum. Ja, und das ist auch eigentlich das erste Buch, was ich aus dieser Reihe lese. Ich hab noch ein anderes, aber das werde ich irgendwann später mal vorstellen. Okay. Ja, das kam jetzt erst vor zwei Wochen raus und ich hab das mal zum Anlass genommen, das einfach hier mal vorzustellen und war jetzt dann auch relativ schnell durch. In dem Buch Armada geht's um Zack Lightman, ein Träumer und Geek, also so ein richtiger Nerd, der seine Freizeit größtenteils vorm Computer und seinem Lieblingsspiel Armada verbringt, dem buchgebenden Titel. Mhm. Ist auch gleichzeitig das Spiel, was er spielt und es geht eigentlich ... Was ist das für ein Spiel? Es ist so ein Flugsimulator, in dem du Aliens kaputt machst, sowas wie Space Invaders in 3D-Grafik und mit krassen Kampfrobotern. Ah, okay. Und halt Gegner, so wie man das halt kennt, aber halt ein Flugsimulator, wenn man es genau nimmt. Dieselbe Firma hat noch ein anderes Spiel rausgebracht, Terraframe oder Terrafirm heißt die, glaub ich. Das ist dann dasselbe Pendant eigentlich auf dem Boden halt, ne? Also aus Ego-Perspektive Fußsoldaten. Und das Buch beginnt damit, dass Zack in seiner Schule sitzt und aus dem Fenster guckt und ein Gegnerschiff, das er aus seinem Spiel kennt, in echt über den Rasen fliegen sieht. Und er erinnert sich dann zurück, dass sein Vater, der vor ein paar Jahren gestorben ist, auch solche verrückten Fantasien hatte, bevor er bei einer Explosion in einem Gaswerk vollkommen verbrannt und gestorben ist. Und er hat eine komische Obsession mit Spielen gehabt und hat geglaubt, dass Spielefirmen diese Spiele gegen diese Aliens und diese ganze Propaganda mit Invasion und wie sehen die aus und dass das passiert, nur dafür da ist, wirklich Propaganda von der Regierung zu machen, damit wir, falls das mal passiert, keine Angst bekommen. Und glaubt halt, dass sie anscheinend schon wissen, dass irgendwie Alien-Invasionen kommen, weil zu einer bestimmten Zeit in den 70ern halt diese Filme unglaublich hohen Absatz gefunden haben und immer mehr davon ja auch rausgekommen sind. Und auch Serien wie Star Wars und Star Trek und so sich ja natürlich damit beschäftigt haben. Und er hält das natürlich für völligen Schwachsinn und hat halt Angst, auch da reinzurutschen. Und der hat von dieser Panik irgendwie getrieben, läuft halt nach Hause und will eigentlich aufhören, für die nächsten paar Wochen Armada zu spielen. Und bei diesem Armada läuft es halt so, es gibt so Elite-Missionen und Ranglisten, wie das in jedem Spiel der Fall ist. Da kennt man ja, so Online-Ranglisten. Und er hat sich halt wirklich über jahrelange Arbeit bis auf Platz 6 der Rangliste hochgearbeitet und ist damit halt natürlich einer der krassesten Armada-Spieler überhaupt. Ja. Und der darf dadurch auch an Elite-Missionen teilnehmen. Also ich glaub, das untere Dutzend, so nennt man die, die dürfen an Elite-Missionen teilnehmen, die dann halt, ähm, ja, theoretisch Beta-Versionen sind von Missionen. Halt, ne? Die so im Spiel normalerweise nicht vorkommen. Mhm. So extra, so Bonus-Missionen sozusagen, die halt echt extra knackig schwer sind und wo sie dann halt, ähm, neue Gegnerarten zum Beispiel präsentiert bekommen, ne? Da ist dann zum Beispiel so ein Disruptor, der, wenn sie nicht aufhalten und der hat halt Schilde, die kaum durchdringbar sind. Nur wenn du halt die ganze Zeit draufheuerst, fallen sie, fallen sie irgendwann mal aus und dann fallen die für genau drei Sekunden aus und man kann sie halt, man kann das Ding halt kaum in der Zeit zerstören, außer man timet das halt richtig. Ja. Und, äh, diese Disruptoren, äh, wenn die sie, sobald die auf dem Boden aufsitzen, stören die das Magnetfeld der Erde und Kommunikation ist halt nicht mehr möglich und alle Drohnen, die ja gesteuert werden, werden dann nutzlos und können nicht mehr gesteuert werden. Ja. Also krasses Endgame. Und solche Sachen müssen sie dann halt in dieser Armada-Dings machen und er möchte, nimmt dann halt noch so an der letzten Elite-Mission teil und bestreitet sie mit seinen Freunden und dann, das ist so eine Bonus-Mission, wo sie so ein, ja, sie nennen das Icebreaker, auf der, äh, gegnerischen, auf dem gegnerischen Planeten installieren, um durch die Erdoberfläche zu braten, um das, äh, um den Kern aufzuhitzen und damit den Planeten zum Explodieren zu bringen. Mhm. Also die umzubringen, den ganzen Planeten sozusagen. Und er nimmt dann diese Mission teil, die scheitern aber kurz vor der, kurz vor dem Sieg, weil sie auch einfach viel zu wenig Leute sind. Also die haben da irgendwie, ich glaube, die sind mit der 15 gegen so ein ganzes Schwad Drohnen unterwegs und stehen. Naja, das ist auch total unfair theoretisch. Naja, also er verliert, er verliert auf jeden Fall die Mission, obwohl er vorher, äh, er arbeitet in einem Elektronikladen, geführt von einem, ja, von so einem dicken Nerd halt, so wie man die halt kennt, der irgendwo mal Geld gemacht hat und diesen Laden nicht wirklich für, für finanziellen Gewinn betreibt, sondern halt den Leuten sehr verbilligt ihre Sachen eigentlich gibt und so. Mhm. Der dafür aber auch den neuesten technischen Kram am Start hat und der schenkt ihm halt so eine ganz brandneue Armada-Ausrüstung, ne, also wirklich so mit groben, äh, Steuerknüppeln und Schubkraftmessern und so einen Scheiß halt, ne, also schenkt ihm so ein halbes Cockpit ungefähr, was halt richtig teuer ist. Ja. Und trotz dieses Cockpits verliert er halt diese, diese Mission ist natürlich dann relativ niedergeschlagen. Tja, Equipment ist nicht alles. Ja, so ist es. Und, äh, begibt sich dann halt noch einmal auf den Dachboden, um halt die Sachen von seinem Vater nochmal durchzugucken, weil ihn halt am Vortag diese, also am Vortag am Morgen diese, die Sichtung dieses Aliens-Schiffs halt total kirre gemacht hat und er natürlich glaubt, dass er Wahnvorstellungen hat und sich dann nochmal die Sachen seines Vaters durchliest und merkt, dass der gar nicht so Unrecht hatte mit seinen Überlegungen, dass das wirklich alles zu ganz komischen Zeiten passiert ist und dass auch, ähm, er hat dann halt natürlich tiefe Recherchen veranstaltet und hat dann bestimmte Spieleautomaten gesehen, die wirklich wie solche Cockpits geformt waren, die aber nur ein, zweimal in bestimmten Läden gesichtet wurden, ähm, und nur von ein paar Kindern gespielt und die sind, teilweise sind die dann auch verschwunden, diese Kinder. Achso, ich dachte, die Automaten. Ja, die Automaten auch. Die Automaten auch, aber die Kinder auch. Also natürlich nicht in den Automaten, aber diese Kinder sind kurz danach verschwunden, nachdem sie halt da krasse Highscores bei diesen Automaten hatten. Mysteriös. Und naja, jeder, der das, also in, in dem Spiel Armada gibt's dann die EDA, das ist die Earth Defense Alliance, die dann halt die Erde beschützt, ne? Und jeder, der schon jetzt ein bisschen zugehört hat, keine Ahnung, also ich hab den Plot-Twist relativ schnell gerochen. Es kommt, wie's kaum muss. Er sitzt eines Tages halt in der Schule und ein riesiges Flugzeug, äh, kommt, also ein Landungsschiff der EDA, die ja eigentlich nur im Spiel existieren, kommt, vom Himmel runter geflogen und sammelt ihn ein. Samt halt Ray, seines Vorgesetzten, der diesen Elektronikladen leitet, in so einem FBI-Anzug, der ihn anscheinend die ganze Zeit halt überwacht hat. Mhm. Mhm. Und sie ihm dann erzählen, dass er, ja, einer der besten Armada-Spieler ist und jetzt, ähm, als Drohnenpilot für die EDA die bevorstehende Alien-Invasion zurückschlagen muss. Mhm. Ja. Das ist so der Verlauf der Story. Also ich will jetzt nicht mehr erzählen, weil das war jetzt schon eigentlich der krasse Story-Plot, aber der kommt auch schon nach, also bei 15, 20 Prozent des Buches maximal, also deswegen. Ja, ja. Das muss ich ja schon mal erzählen, so. Und, ja, ich weiß nicht, ich fand das alles so ein ganz bisschen flach, weil er redet dann auch die ganze Zeit natürlich monologisierend darüber, dass er ja unbedingt mal was erreichen wollte und unbedingt mal so der Krasseste in irgendwas und dass er nur im Spiel halt so das sein konnte und dann halt wirklich genau irgendwas kommt, was ihn dann halt wirklich zum Helden macht, obwohl er halt nur Computer spielen kann. Ja, es klingt alles ein bisschen ähnlich wie Ready Player One, ne? Also von Demotiven. Ja, genau. So Nummer eins das, es klingt sehr wie Ready Player One. Und Nummer zwei ist es halt irgendwie, also mal abgesehen davon, dass es irgendwie sehr hart an den Haaren herbeigezogen ist, also zumindest wirkte das auf mich so, wird das alles sehr flach irgendwie umgesetzt. Es wird natürlich versucht, das irgendwie zu rechtfertigen, aber an einigen Stellen fehlt es da einfach irgendwie an Detailreichtum, keine Ahnung, vielleicht auch an Logik. Ist nicht ganz nachvollziehbar oder was? Ne, gar nicht. Also für mich war das an einigen Stellen, war es für mich so richtig gewollt, so richtig, ja, nö, ich muss jetzt ein Buch über Computerspiele schreiben und das, ja. Ja, ich will da auch nicht zu böse jetzt irgendwie sein, aber genau so hat es halt geklungen im Endeffekt, ne? Wenn, als ich das gelesen habe. Ja. Habe ich mich die ganze Zeit halt irgendwie so daran erinnert gefühlt, dass er dann irgendwie da sitzt und eigentlich die ganze Zeit so, ja, weiß ich nicht, halt Ready Player One nochmal wieder schreiben will, aber halt sich, weiß ich nicht. Es ist halt alles auch sehr flach irgendwie umgesetzt. Es gibt dann zwischendurch auch eine Liebestory, die wird wirklich komplett zwischen Tür und Angel irgendwie abgehakt, so. Also es ist dann so, moin, hi, oh, wir sind uns sympathisch, ein bisschen knutschen, oh, du musst weg, okay, und dann sehen wir uns später nochmal wieder und machen richtig rum. Und ich dann echt dachte so, ah, es ist halt wirklich so sehr zwischen Tür und Angel, was da bei Ready Player One ja noch ein bisschen größer aufgezogen wird und ein bisschen, naja, sagen wir mal, schnulzig rüberkommt, aber dann halt vielleicht auch, naja, passend einfach. Es soll ja Jugendliteratur sein und da gehört sowas auch irgendwie rein. Ja, genau. Und es ist halt, also für mich, also es war alles sehr flach irgendwie in Armada, so, dass es bei jeder Storytwist und alles, was wir kamen, dachte ich so, ah, sehr flach irgendwie. Alles immer so sehr halbgar irgendwie auch umgesetzt. Dann, muss ich sagen, hatte ich zwischendurch ein Problem mit den Charakteren, mit dem Hauptcharakter vor allem, der dann halt wirklich so, ja, bipolarisch reagiert an einigen Stellen, weißt so, also erst freut er sich und dann fällt ihm so ein, öh, der ist ja das und das und dann wird er angeschrien, so. Wie bei diesem Ray zum Beispiel. Erst freut er sich, dass er ihn abholt in diesem EDA-Flugzeug und sobald er drin sitzt, fällt ihm dann auf, ach ja, der hat mich ja die ganze Zeit beobachtet und schreit den halt an. Ja, es ist halt wirklich, also es ist halt wirklich nur ein Satz, der dann wirklich diese Stimmung so kippt auch und das ist halt, also nicht rational einfach nicht nachvollziehbar für mich gewesen an vielen Stellen. Selbst für, wenn man jetzt sagt, ja, die Jugendlichen sind ja mal ein bisschen emotionaler oder flapsiger oder was auch immer, so nein, so niemand ist so. Ja. Oder man hat halt wirklich eine bipolare Störung. Ja. Keine Ahnung, also an einigen Stellen hat mich das wirklich ein bisschen genervt. Was halt cool ist, was ich jetzt dann mal als positive Punkte natürlich auch anmerken muss, ist, dass diese Computerspielwelt und auch dieses ganze, naja, dieses ganze Feeling sehr gut rübergebracht wird. Also er schreibt, dass man fühlt sich sehr nah an dem Buch zugehörig, auch sehr in der Geschichte irgendwie. Man sitzt selber mit im Flieger und ballert da die Dinger ab. Er hat das schon ganz cool gemacht, auch dieses Gefühl, was man selber bekommt, wenn man mal Computerspiele spielt, dass man weiß, dass man das selber ja nicht ist und trotzdem halt dieses Glücksgefühl bekommt. Ja. Oder Spannung aufkommt oder Angst, wie auch immer. Ja, das ist ja schon mal nicht verkehrt, wenn er das gut rüberbringen kann. Das ist halt eins der Sachen, die wirklich sehr gut rübergebracht werden, aber leider auch halt eins der wenigen Sachen. So, ne? Gut, zum Beispiel würde ich jetzt auch noch anmerken, ist die Spannung, die dann eigentlich, durch, also, naja, ich bin so abgeschreckt von den ganzen Klischees und von den ganzen flachen Zusätzen war ich jetzt nicht, dass ich nicht wissen wollte, wie es weitergeht. Mhm. Ja, hast du auch ziemlich schnell zu Ende gelesen, meintest du ja. Ja, vor allem auch durch Ready Player One. Es ist auch nicht so ultralang. Es hat, glaube ich, im Moment 416 Seiten. Ja, kann man jetzt als lange oder nicht bezeichnen, aber ich finde, es geht. Ja, das geht auf jeden Fall noch. Und es war halt auch flockig zu lesen, ne? Man muss ja auch immer das sehen. Es ist halt sehr locker zu lesen. Es sind wenig Fremdworte drin, die einen aufhalten, vor allen Dingen in unserer Generation. Wir kennen das ja alles, ne? Da hat man dann zweimal diese außerirdischen Disruptor und Galve gelesen und dann weiß man, was das ist. Ja. Und das war eigentlich auch ganz gut, dass es so einen fluenten Lesefluss auch erzeugt hat. Was ich dann halt noch anmerken muss, ist diese kulturellen, diese popkulturellen Ansätze, die ja gerne mal von ihm gebracht werden, die in Ready Player One wirklich auch schon stark ausgeprägt vorgekommen sind, kommen in dem Buch auch vor. Jedoch werden sie leider nicht wie in Ready Player One erklärt. Also in Ready Player One wird ja dann, wenn du nicht weißt, was dieses Lied ist oder was in diesem Film passiert, erzählt er in zwei, drei Sätzen, was passiert in diesem Film. Um dir dann halt wenigstens so ein kleines Insiderwissen noch mitzugeben, damit du dir nicht sitzt, ja toll, jetzt hat er irgendwie einen Witz darüber gemacht und ich verstehe das gar nicht. Ja. Und das ist das, was ... Ist aber auch eine schwere Linie, die man da wandern muss, ne? Also ich weiß nicht, ob mir das da vielleicht lieber ist, wenn man die Beschreibung dann doch nochmal weglässt und dem wird es einfach mal für sich stehen lassen. Ja, wenn aber so viele popkulturelle Zugänge sind und so viele Zusätze, dann musst du halt an einigen Stellen leider das mal erklären, ne? Aber ist das denn ähnlich viel wie bei ... Teilweise viele Referenzen. An einigen Stellen sogar noch mehr. Also es wird sogar teilweise während Beschreibungen nur durch Filmerinnerungen geschaffen. Da wird dann gesagt, ja, das Raumschiff sah aus wie in dem Film Der stählerne Adler. Ja. Oder das Raumschiff sah aus ... oder dieser Durchgang sah aus wie im Alien in dem Raumschiff. Ja, schwierig. Weiß ich immer nicht, wie ... Es war halt ... ne, es war halt ... ist klar, um zu zeigen so, dass das Schiff aus popkulturellen Sachen zusammengewürfelt wurde. Ja, ich weiß nicht, das wird halt ... also das war bei Ready Player One halt auch schon krass übertrieben teilweise. Ja, aber da hat es ... also zumindest da hat es dann zwischendurch nochmal erklärt. Da kam dann zwar die Referenz dazu, aber es gab wenigstens eine Beschreibung. Und hier wird teilweise nur die Referenz gezogen. Und die Beschreibung fällt einfach weg. Und das ist halt ... Aber sind das denn auch Sachen, die man gar nicht kennt, oder? Also ich kannte die Sachen nicht. Oh, okay. Ne, also ... Ja. Und das muss schon ein bisschen was heißen. Also der stählerne Adler und vor allem diese vielen Fliegerfilme-Referenzen, die er da zieht, die kenne ich nicht. Mhm, okay. Ist natürlich auch wieder eine Generation vor mir gewesen, so zu sagen. Wir kennen die Sachen dann vielleicht auch nicht so gut. Aber wie gesagt, man darf das ... ich finde, man darf das so nicht machen, weil dann hat sich bei mir halt ein schlechtes Bild irgendwie eingestellt, weil ich dann ... nicht wirklich nachvollziehen konnte, was er meinte. Ja. Weil es halt wirklich nur diese Referenz gab. Mhm. Und man sich dann selber irgendwie denken konnte, wie das vielleicht aussieht. Und ins Internet gehen und googeln, wie das aussieht. Nö, ich bin ja nicht bescheuert. Ja, dann überliest man das vielleicht erst mal lieber und macht halt weiter. Aber das ist halt auch irgendwie nicht gut, ne? Weil dann fehlt dann ja irgendwie auch die Visualisierung. Ja, richtig. Und was da zusätzlich jetzt noch reingeliefert wurde, ist das Rate the Arcade Mixtape. Das ist am Ende so ein, ja, so ein Bild von so einem Mixtape, wo Songs drauf sind, die ja immer wieder während dieses Buches rezitiert. Also wird dann gerne mal Another One Bites the Dust von Queen oder so. Und dann wird dann wirklich zwischendurch zwei, drei Zeilen aus diesem Lied geschrieben, um dann so nach dem Motto, ne, um diesen Beat zu erzeugen, um dir zu zeigen, was er macht beim Schießen, ist, wenn man die Lieder kennt, ziemlich cool. Mhm, glaube ich. Aber wenn man sie nicht kennt, ziemlich scheiße. Aber gut, ich meine, Lieder jetzt nochmal nachzuhören, ist auch ein bisschen einfacher, als den ganzen Film nochmal nachzugucken, die er da zitiert. Ja, das sowieso, ja, natürlich, klar. Auch insgesamt die Lieder auf dem Rate the Arcade Mixtape sind ziemlich gut. Ja. Also, ne, das kann man so hören. Das Lied, also das kann man sich so ballern, die Kassette auf jeden Fall. Das ist ein ziemlich cooles Mixtape, aber es ist halt, trotzdem so eine Sache von, ja, wie gesagt, Zwiespältigkeit einfach, weil auch bei diesen, selbst wenn es bekannte Sachen wie Queen sind, kannte ich auch nicht alle Lieder von diesem Mixtape und wusste auch nicht genau immer, worüber er spricht, obwohl ich im Musikbereich vor allem mich dann auch noch relativ gut auskenne. Ja. Also, und bis dahin war ich dem Buch eigentlich noch relativ gut zugeneigt, weil es ganz spannend war, ne, der Charakter war ein bisschen flach und hat manchmal ein bisschen doof reagiert, aber die Story entwickelt sich halt, es entwickelt sich auf jeden Fall. Es geht voran, ne, es bleibt sich auch treu, also das heißt, es wird jetzt nicht irgendwie abgedreht oder wechselt dann ganz oft die Richtung oder sowas, sondern bleibt ein bisschen straight auf dieser Abenteuergeschichte, kriegt hinterher nochmal einen tieferen Plot-Twist, der aber auch halt ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen wirkt, aber besser als der erste, sagen wir es mal so. Und was ich jetzt noch einmal bemängeln muss, dann bin ich auch fertig mit meiner Bemängelung hier, ist das Ende, was halt wirklich, oh, mh. Okay. Das war Klischee-Kiste mit Klischee-Füllung und Klischee-Überguss und Klischee-Kirsche oben drauf. Unglaublich. Also, ja, lecker Klischee. Ja, schon eine Klischee-Torte. Mh, mit Klischee. Ja, es war halt wirklich, also das, ein Klischee-Fest und flach wie nix, ne, also, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ja, man sollte eigentlich immer mehr erwarten, wenn jemand schon so viel kennt, dass er es eigentlich besser weiß, wie sowas zu enden hat, oder? Richtig, und Ready Player One war ja auch, hatte ja so ein halboffenes Ende, das war ja einfach nur die Geschichte vorbei und der hat dir nicht erzählt, was danach passiert ist. Und hier ist ein Epilog drin, der halt wirklich so dermaßen von Schmalz tropft und von Pathos und von, oh, ich bin am Ende der Ultrakommunikator der Welten, so nach dem Motto. Also, das ist jetzt kein richtiger Spoiler, aber ganz ehrlich, jeder weiß, wie dieses Buch ausgeht. Ja. Ist halt ein Jugendbuch, ne? Die gehen immer gleich aus, fast. Man will die ja nicht schockieren. Ja. Man will die ja nicht zu viel zumuten, ne? Also, ist ja klar. So, und das, ja, also da waren einige Entscheidungen, die haben mich dann am Ende vor allem dann doch sehr abgestoßen und der Epilog war schwer zumutbar. Ja. Schwer zumutbar. Und ich würde, also ich war vor dem Epilog bei drei Sterne für den Buch von fünf, weil ich gesagt habe, ja, es hat seine Momente, ne? Vor allem, wenn man dann auch Computerspiele mag und die Musik kennt und vielleicht auch ein paar mehr Filme als ich aus der Zeit, dann könnte einem das dann noch mehr gefallen. Ne? Aber die Affinität zu Computerspielen muss auf jeden Fall bestehen, so, sonst, ähm... Ja. Sag ich ganz ehrlich, bringt es nichts, diesen Roman zu lesen. Ist aber bei Ready Player One genau dasselbe. Besteht die Affinität zu Computerspielen nicht, versteht man Nummer eins die Hälfte der Referenzen nicht mehr. Ja. Die da gezogen werden, weil auch ganz viele Referenzen aus Videospielen gezogen werden. Das ist zum Beispiel was, was mir kaum auffällt, ne? Weil man das so überliest, so. Wo man ist so, haha, lustig, ne? Ja, versteht man halt, wenn man... Ja, oder ganz viele Filme, Serien und so. Genau. Und das kann aber für jemanden, der die Sachen halt dann nicht gesehen hat oder gelesen hat. Und das ist ja auch immer selektiv des Autors gesehen, ne? Aus seiner Perspektive. Mhm. Nur weil er das jetzt alle gesehen hat, heißt das ja nicht, dass das jetzt unbedingt die Filme sind, die man gelesen haben muss. Ja, genau. Und deshalb, ja, sehr zwiespältig. Aber der Epilog hat auf jeden Fall nochmal einen Stern geklaut, deswegen bin ich mittlerweile bei zwei Sternen. Krass, okay. Sorry. Ja, also, ja, nee. Mhm. Nee. Wenn man dann nachträglich dann noch so diesen Schleier da drüber legt, das finde ich gar nicht gut. War ich kein Freund von. Und der Epilog hat es wirklich dann... Also davor war ich noch so, ja, hm, okay. Und dann war ich so, boah, nee. Hätte er sich sparen können, den Epilog, dann hätte er ein Stern mehr gekriegt. Ja. Also, ich weiß nicht, ich würde keine Leseempfehlung geben. Nicht unbedingt. Also kauft euch das Buch auf keinen Fall eigentlich, nein. Kauft euch erstmal Ready Player One, wenn ihr Ready Player One wirklich so ultra gut findet, dann könnt ihr das ja mal lesen. Weil das ist, man muss ja auch mal dazu sagen, dass bei Amazon ist das ja ziemlich krass, ne, bewertet. Ja, stimmt. Bei Amazon hat es viereinhalb Sterne und die Leute sind anscheinend recht begeistert. Beim Englischen sieht das Ganze übrigens wieder anders aus, lustigerweise. Da hat das nämlich irgendwie dreieinhalb oder zwei Sterne, ich weiß nicht mehr genau, müssen wir mal gucken. Irgendwie so. Ich glaube, irgendwie zweieinhalb oder drei Sterne hat das auf dem Englischen. Also keine sehr gute Wertung. Vielleicht liegt das auch natürlich an der Übersetzung, ne. Also ich habe ein Stück aus dem Englischen gelesen, einen Auszug, und habe halt gesehen, dass, na, die Sprache doch nochmal sehr, sehr viel Slanghafter ist, Ja, ist auch schwer, sowas dann zu übersetzen, ne. Das fürchte bei Ready Player One halt auch mal ein bisschen gewollt und irgendwie zu künstlich. Ja, das stimmt. Ja, bei, bei, hier auch, da stehen dann ab und zu Wörter drin wie übelst. Oder krass. Ich habe dann auch gedacht, ah, ah, da stand übelst. In einem Buch. Naja. Ja, okay. Also wie gesagt, ich würde den Leuten dann Ready Player One eher ans Herz legen, sich das mal durchzulesen, weil da ist Ernest Klein auf dem Höhepunkt. Ich, keine Ahnung. Vielleicht ist das ja auch wieder so eine Geschmackssache, natürlich wieder. Vielleicht bin ich ja auch nur der, der sich dann an bestimmten Sachen aufgehangen hat. Ja, es gibt übrigens, wo wir gerade von so vielen Referenzen und so sprechen, ein großartiges Video von einem YouTuber namens The Nerd Writer. Der hat ein Video zur Intertextualität gemacht, wie es so schön heißt. Das bedeutet halt, dass Texte Bezug auf andere Texte nehmen. Oder Filme Bezug auf andere Filme und so weiter. Das kannst du ja auf alles übertragen. Ja. Und es hat da eine interessante, einen interessanten Essay drüber verfasst. Weil es ist natürlich irgendwie einerseits, kann man sich dessen ja nicht wehren. Also man ist ja nun mal beeinflusst von allem, was man sieht. Ja. Gerade wenn man dann nochmal selber was macht, hast du natürlich immer Vorbilder. Aber ich weiß nicht, gerade sowas wie bei Ready Player One, wenn das dann halt auch nicht mehr wirklich auf eigenem Bein stehen kann, oder wie bei dem Buch jetzt, und wenn du dann die Referenzen streichst und die Geschichte dann schlecht ist, dann, also, weiß ich nicht, die kann dann nicht nur dadurch getragen werden. Finde ich immer ein bisschen schwierig. Also Ready Player One, muss ich ganz ehrlich sagen, würde im ersten Drittel auf jeden Fall ordentlich an Fahrt verlieren, weil es da fast nur Nerd-Gespräche gibt und fast nur Referenzen zu Dungeons & Dragons und Space Invaders und, keine Ahnung, irgendwelchen 80er-Jahre-Filmen gezogen wird. Alleine dieses Ganze, wo er in dieses Hauptquartier von Eck geht und so, das ist ja alles, alles eingerichtet und er schreibt dann zwei Seiten nur, was da alles drinsteht und aus welchen Filmen das alles kommt. Das würde alles rausfliegen. Ja, genau. Aber ab dem zweiten Drittel würde es dann auf jeden Fall besser werden, weil dann die Geschichte auch an Fahrt gewinnt, so. Ja. Aber, ja, interessanter Punkt. Das Video kann ich nur jemanden an Zelt legen. Das ist halt auf Englisch in der Textuality. Ist sehr interessant. Ja. Abgesehen davon hat er auch sehr viele interessante Filme, äh, interessante Essays gemacht. Hab bestimmt keiner Probleme mit auf Englisch zu hören. Bildet im Notfall, Leute. Ja, wir haben das, komm, wir haben das alles in der, alle in der Schule gelernt, ne? Kann ja nicht so schwer sein hier. Ja, gut. Muss man sich auch mit auseinandersetzen, ne? Aber. So. Okay. Ja, also abschließend, ich würde es nicht unbedingt empfehlen, obwohl es viele Bewertungen hat. Ihr könnt euch das natürlich kaufen, wie ihr wollt. Aber wie gesagt, ich würde... Oder licht das ganze Buch und lasst den Epilog weg. Ja, genau. Das würde, das würde zum Beispiel schon mal besser sein. Wäre auf jeden Fall besser. Naja. Also das Buch ist, ähm, erst am 23. März erschienen, also vor zwei Wochen. Und hat 416 Seiten. Jo. Und war dann, also ich habe es relativ schnell durchgezogen. Ja. Aber dann jetzt natürlich aber auch passend für den Podcast auch fertig zu sein. Klar. Alles für den Podcast. Alles für den Podcast. So, apropos alles für den Podcast. Genau. Wir haben jetzt dann noch ein drittes Buch. Das haben wir, also du hast das komplett gelesen. Ich, ähm... Ja. Hab das nicht ganz durchgehalten. Ähm, es ist irgendwie... Du willst auch nicht wissen, wie lange ich gebraucht habe. Ja, ich kann es mir vorstellen. Also, es ist irgendwie ein bisschen schade, dass das ausgerechnet das erste Buch von Stephen King ist, was wir hier besprechen. Das ist echt, ne? Ja. Also, eigentlich dürfen wir das nicht machen, aber... Also, wir mögen ihn... Es ist halt eins, denn wir lieben Stephen King. Ja, genau. Wir lieben Stephen King. Genau. Wir wollen ein Kind von ihm. Aber... Nein, wollen wir nicht. Es geht jetzt um die Arena. Auch bekannt als Under the Dome. Gab's ja auch als Serie. Ja. Ähm, übel schlecht. Ja, hab ich mir auch nie angeguckt. Ich hab auch nur Schlechtes gehört. Ich hab zwei, drei Folgen gesehen und habe... Was heißt zwei, drei? Ich hab eine Folge gesehen und hab gesehen, wie die Charaktere... mal wieder beschauscht... Also, besetzt wurden. Und hab die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Es ist halt immer diese charakterlosen 0815 Hollywood-Fressen, so. Ja, aber es passt halt auch irgendwie zu den Figuren im Buch. Boah! Ja? Boah! Alter! Der war fies! Aber kannst du ja mal kurz sagen, worum es geht? Ja, es geht um eine Kleinstadt. Überraschend. Ach, wie immer eigentlich, was Stephen King. Äh, ich hab überhaupt keine Ahnung, wie sie heißt oder wo sie liegt. Bestimmt in Maine oder so. Ich weiß, was auch gerade... Bestimmt in Maine. Es ist eine Kleinstadt. Ist auch egal, wie die heißt. Ja. So. Und eines Tages, die Leute laufen, machen ganz normale Sachen. Und eines Tages, aus heiterem Himmel, kommt eine unsichtbare Kuppel vom Himmel und schließt diese Stadt unter sich ein. Also, wie als würde man einen großen, gläsernen Topfdeckel nehmen und den einfach über diese Stadt stülpen und den halt in die Erde sehr tief eingraben. Genau. So. Und die Leute sind dann da drin gefangen. Erstmal. So. Und dann passieren natürlich auch in den ersten paar Stunden voll die krassen Sachen. Ne? Ein Flugzeug fliegt gegen diese Barriere. Das, äh, den Anfang fand ich halt auch richtig geil. Ähm. Das war schon super gut beschrieben. Es gibt halt sehr viel, ähm, Unfälle auf einmal halt, ne? Genau. Die werden dann alle aus verschiedenen Perspektiven nochmal so aus verschiedenen Sichten der Kuppel auch, äh, von verschiedenen Standpunkten, ähm. Ja. Nochmal beschrieben und das war schon, also, den Einstieg fand ich sehr gut, muss ich sagen. War wirklich. Und die Geschichte, also zumindest den Hauptteil der Geschichte erlebt man aus der Sicht eines Ex-Soldaten. Mhm. Ich glaube, er ist Ex-Soldat. Namens Barbie. Genau. Der, ja, ich weiß nicht, aus einem Einsatz da hinkommt und eigentlich da nur eine Rast machen will. Also, der ist da nur auf Zwischenreise eigentlich und wird halt auch in der Zeit unter dieser Kuppel eingesperrt. Aber hat er nicht da gewohnt oder so auch? Kommt er nicht da her aus dem Ort? Weil ich glaube, er kennt da doch Leute, oder? Äh. Ich bin mir auch gerade nicht mehr so sicher. Keine Ahnung, ich glaube nicht. Ich glaube, der ist da nur auf Durchreise. Okay. Ich bin mir nicht mehr, tut uns leid, also, es ist noch ein bisschen länger her, dass wir das gelesen haben. Es ist ja auch nicht, ist ja auch nicht so ultra richtig. Ich glaube, ich glaube, er ist da nur auf Durchreise und sieht diese Leute nur. Okay. Und diese Kleinstadt ist halt wirklich bewohnt. Und das heißt, man erfährt jeden Aspekt, jedes spannenden Teils dieser Geschichte aus jeder erdenklichen Perspektive an natürlich der Zahl Person, die da ist. Mhm. Und das sind sehr viele Perspektiven. Ja, ja. Und sehr viele Personen. Es ist am Anfang ein Personenglossar drin, was alleine drei Seiten hat, glaube ich. Wo nur die Leute drinstehen, wer sind die, was machen die gut. Es ist auch eine Beschreibung, eine kleine dabei, wer die sind und so. Mhm. Aber, also, es gibt ungefähr 30, also mindestens 20 handelnde Personen in diesem Buch. Und das Buch hat auch um die 1000 Seiten, also. 1140, glaube ich. Also, es ist sehr lang und hat sehr, sehr viele handelnde Personen. Also, ihr könnt euch erstmal darauf einstellen, dass ihr euch erstmal, ja, eigentlich 20 Personen oder mindestens am Anfang erstmal die ersten sechs merken müsst. So, da ist dann dieser Barbie und diese Journalistin, glaube ich, die relativ großen Platz einnimmt. Mhm. Dann noch der, dieser Chef, der Bürgermeister, Jim Rennie, der, von dem man am Anfang eigentlich schon weiß, dass er irgendwie korrupte Sachen betreibt. Der ist halt so ein, ja, so ein, so ein Vorzeige-Pamphlet, Hinterwäldler-Pamphlet, ne? So ein fetter, amerikanischer Spacko halt, so, ne? Genau. So einen dicken, dicken Van-Pferd und ein ganz, ganz kleines Glied hat. Höchstwahrscheinlich. Ja, gut, das wird da nicht drinnen erzählt, aber zumindest das, was er macht, daraufhin. So, er macht halt wirklich nichts anderes, so, außer, also, er macht wirklich auch dreckige Geschäfte, ne? Das kommt ja dann im Teil irgendwann raus. Genau. Naja, und das sind so die, die meisten handelnden Personen und sein Sohn Junior, der relativ am Anfang der Geschichte schon eine Mitschülerin umbringt. Ach ja, genau. Und die dann in seinem Schrank versteckt und der redet. Ja. Ja. Zwischendurch. Also es, es ist nicht unspannend und es sind auch viele Sachen, verschiedene Aspekte, die da irgendwie passieren. Ich weiß gar nicht, wie weit man dann auch erzählen kann. Ich weiß auch nicht mehr wirklich, was passiert, um ehrlich zu sein. Ich weiß nur noch das Ende, was passiert. Es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall so, dass ich das, die Lage natürlich am Anfang sind natürlich erstmal aufgeregt. Das entspannt sich natürlich erstmal, weil noch sind Vorräte da, noch sind alle theoretisch in Sicherheit. Und sie versuchen natürlich rauszukommen. Genau. Und versuchen mit Bohrer und keine Ahnung, was da rauszukommen und glauben ja auch noch, dass sie das wohl in nächster Zeit irgendwie schaffen. Ja. Ne, also sind alle noch recht optimistisch und es gibt keine Paniken und so, was sich natürlich über die Zeit zuspürzt. Ne, ist klar. Klar. Wenn irgendwann die Nahrungsmittel knapp werden und so weiter, dann ja, ist natürlich nicht mehr so cool. Ja, und was sie halt rausfinden über den Verlauf der Handlung ist halt, dass wenn man diese Kuppel berührt oder jeder, der das als allererstes macht, Visionen bekommt. Ganz, ganz komische Visionen bekommen die dann. Ich weiß nicht mehr genau, also es sind halt wirklich ganz komische Bilder, die die kriegen und von irgendwelchen Sachen, die sie halt sehen. Ich glaube auch von zukünftigen Sachen, die sie dann teilweise sehen. Wollte ich gerade sagen, ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen hellseerisch, ja. Und es ist halt alles so ein bisschen sehr, ja, konfus. Man weiß nicht, was diese Kuppel ist. Mhm. Niemand weiß das. Und sie können sich auch nicht unten drunter durchgraben. Also es ist halt wirklich eine Kuppel. Es ist halt wirklich, als würden die in einer Schneekugel sitzen. Ja. Komplett abgeschottet. Und die Luft kommt zwar durch, aber auch anscheinend nur durch so ein, naja, auch nicht komplett durchlässig. Also luftdurchlässig ist das Ding auch nicht komplett. Mhm. Das wird gegen Ende nochmal irgendwann relativ wichtig, glaube ich. Naja, und das Ganze spitzt sich halt wirklich krass zu. Und, ähm, naja, die Leute gruppieren sich dann irgendwann um diesen Big Granny, der natürlich das Stadtoberhaupt ist. Und um den, äh, Barbie. Ja, das ist dann mal wieder so eine typische Stephen-King-Situation. Genau. Das ist so eine sehr, sehr schwarz-weiße, kontrastlose Nuancen. Bei vielen Charakteren. Ja, eben, ziemlich viele Charaktere sind halt sehr eindimensional, eben dadurch, dass es halt so viele gibt. Ähm, und man ja auch gar nicht die... Es gibt auch welche Charaktere, die überraschen, aber es sind halt dann nicht die Hauptcharaktere. Ja, genau. Was fand ich denn so komisch? Also es gibt dann zum Beispiel eine Frau, die sitzt im Aufsichtsrat und könnte da verhindern, dass dieser Renni mal irgendwas macht und weiß auch, dass der böse Sachen macht. Und dass der nichts Gutes im Schilde führt und dass der hinterrücks auch, ähm, kriminelle Aktivitäten im Gange hat. Mhm. Die ist aber schmerztabletten-süchtig. Ja. So war das im Buch. Und, ähm, der Renni hat die immer mit den Tabletten versorgt und so hat er sie halt erpresst, ne, immer das zu machen, was, äh, er wollte. Und sie hat immer so gestimmt, wie er das mochte. Also er hat, ne, sie war eigentlich eine Marionette, Marionette für ihn. Jaja, und diese ganzen Kleinst... Sie befreit sich irgendwann dann halt wirklich von diesen Medikamenten, um sich gegen ihn zu wenden, weil man denkt nämlich erst, er ist halt so die Marionette, die macht das halt auch einfach so und die wird das auch weiter so machen, weil die ist ja süchtig. Und dass sie dann halt wirklich ihre Sucht besiegt, um ihnen halt die Stirn zu bieten, das fand ich halt ziemlich cool. Also da gibt's bestimmte Situationen im Buch, die sind echt cool, aber es sind oft nicht die Haupt-, in Anführungsstrichen Hauptcharaktere, die dann diese... Ja, es sind halt immer diese kleinen, äh, also diese interessanten Kleinstadt-Machenschaften, so die dahinter verschlossene Tür irgendwie, äh, ne, so ein bisschen Twin Peaks mäßig und so, ähm. Genau. Oder auch so, alle haben irgendwie was zu verdecken. Ähm, das sind immer schon interessante Konflikte und so, aber, ja, das große Ganze war, also es zieht sich halt einfach endlos. Ja, das ist es halt, es zieht sich endlos und wird auch aus zu vielen Perspektiven irgendwann beschrieben. Also du könntest locker die Hälfte der Sicht streichen von den Charakteren und hättest nichts verloren. Einige sind wirklich sehr, sehr unwichtig, wo es dann zu einer Klima, äh, Klimax kommt hinterher, zu einem Höhepunkt, wo sich dann bestimmte Charaktere treffen und in gefährlichen Situationen oder wirklich sogar tödlichen Situationen auseinandergehen, die vornherein unbedingt angekündigt worden müssen, ne, da muss ja immer dann ein Motiv irgendwie hinterstecken. Also bevor irgendwie, ähm, diese Höhepunkte sind, wirst du auf jeden Fall aus der Sicht beider Personen mindestens schon zwei, drei Kapitel gelesen haben, die deren Motive und deren Sicht erklären und so, dass man auf jeden Fall weiß, dass wenn die sich gegenseitig umlegen, warum die das gemacht haben und was da dann noch ganz dahinter steckt. Genau, und da ging mir der Stil von Stephen King auch irgendwann so krass auf die Nerven, weil er hat einfach mal, also so gefühlt, alle wichtigen Tode, also gerade am Anfang der Charaktere einfach gespoilt im Prinzip. Also er sagt halt so, ähm, ja und, ähm, das, das sollte ihre letzte Fahrt sein und das Kapitel ist zu Ende. Ja, genau, so, boah, er macht dauernd so dumme Cliffhanger, ja, das stimmt. Und man weiß, dass die sterben und ich, also das ist halt sehr ungeschickt irgendwie, ähm, konstruiert, fand ich. Ja, und ich finde auch, also er macht die natürlich dann alle, um die dann natürlich auch alle umbringen zu können, bringt aber auch seine Hauptcharaktere nie in, wie in wirkliche Gefahr. Genau. Das ist das, was mich auch so ein bisschen gestört hat, das ist dann immer so, ja, alle anderen können sich gegenseitig umbringen, aber seine Hauptcharaktere, die ihre große Fäde miteinander führen, sind so abgeschlossen von diesem Ganzen irgendwie so ein bisschen. Hatte ich auch das Gefühl. Mhm. Es geht drumrum, geht das volle Chaos ab und diese vier machen da ihren Scheiß. Ja, man hat nicht so wirklich Angst um die. Nee, nicht so wirklich. Und das, ja, und es ist dann halt auch ein sehr, sehr beschissenes Ende, wenn man es genau nimmt. Also ich will es nicht spoilern, ne, aber es hat mit Aliens zu tun, ne, und das wird euch nicht gefallen, so. Ja, also man, man merkt halt, dass Stephen, also Stephen King meint ja, er hat oft, äh, so eine Idee für eine Geschichte und weiß dann nicht, wo die hinführt und schreibt dann einfach drauf los quasi und da, also das merkt man, den Buch halt auch an. Weiß dann nicht, wie er sich zu Ende führte. Genau, ähm, das, naja, weiß ich nicht. Er dachte, er zaubert jetzt den Hasen aus dem Hut, aber es war halt leider eher ein Schuh. Ja. Also es war, naja, nee. Hätte er vielleicht wieder lieber seinen Sohn schreiben lassen sollen, das Ende. Ja, also das Ende war wirklich nicht. Ist dann auch so Happy End mäßig, ne? Mhm. Irgendwie, aber auch die halbe Kleinstadt ist tot, von daher auch irgendwie nicht. Also, ich weiß nicht, das Ganze war, keine Ahnung, vielleicht auch so ein Sozialexperiment, wo er mit seinen ganzen Charakteren hinkommt und so, aber es war auch alles sehr, sehr gut durchdacht und recherchiert. Also das muss man auch ihm zugutehalten, dass alles auf jeden Fall ineinander gegriffen hat. Ja, das auf jeden Fall. Dass wer da die Übersicht behalten hat, ist krass. Ja, das stimmt. Ja. Man, man kann wirklich die Übersicht behalten, also wenn man nicht wirklich dann zwei Monate aufhört zu lesen, weiß man auch, wer diese Leute sind. Und das ist halt wirklich, dass er das schafft, ist, ja, beneidenswert. Mhm. Sowas hinzuziehen in seinem Buch, die Charaktere so lebendig zu gestalten und so gut zu verflechten irgendwie. Und auch die Handlung war relativ gut verflochten dann miteinander. Ja. Die Sachen haben ineinander halt gegriffen. Genau, ganz gute Übergänge auch und so. Genau. Und man erfährt teilweise dann gleiche Geschehnisse aus anderen Perspektiven. Und so, und das ist schon interessant gemacht auf jeden Fall. Genau, die dann nochmal ganz anderes Licht da drauf werfen, weil der eine etwas gar nicht gesehen hat, was der andere gesehen hat oder kein Hintergrundwissen besitzt. Das ist schon ganz witzig, aber halt sehr, sehr anstrengend. Dadurch, dass es ja dann auch irgendwann zu einem unweigerlichen Ende kommt, ist es halt sehr, sehr anstrengend zu lesen. Ja. Das letzte Drittel fand ich sehr, sehr anstrengend, weil es halt dann in Richtung, ja, was ist diese Kuppel überhaupt? Und da machen sie sich halt wirklich, dann erstmal wirklich Gedanken darüber. Ja, und wenn das halt so krass aufgebaut wird und die Auflösung dann halt enttäuscht, das ist natürlich, also einfach scheiße, ne? Ja, genau. Das ist einfach ein bisschen öde. Ja. Und wie du das auch vorhin schon gesagt hast, dieser Barbie und auch ein paar andere sind ein bisschen sehr flach, ne? Also viele Charaktere sind schon äußerst eindimensional und einfach nur. Ja. Entweder gut oder böse. Und dieser Barbie ist halt so, der hat auch so krasse Sachen erlebt, aber der ist so, ja, alles moralisch und alles muss auf jeden Fall laufen und diese Journalistin ist ja dann auf seiner Seite irgendwie und aber auf jeden Fall die ganze Zeit immer misstrauisch und hat ihren eigenen Scheiß noch in der Hinterhand, so. Ja, aber auch gerade die Bösen und so ohne, also man hat die Motivation jetzt auch nicht so wirklich nachvollziehen können und. Gar nicht, auch dieser Junior, der dann die Schülerin bei sich im Schrank umbringt und die die ganze Zeit da gefesselt hält und mit der Rede, das wird dann so, als hätte er keine Kommunikation gehabt in seinem Leben, ne? Aber das bringt man doch keine Leute um und setzt die bei sich im Schrank, ne? Die können auch nicht reden mit einem. Ein bisschen überreagiert, ja. Könnte man so sagen. Ja, ein bisschen eskaliert, auf jeden Fall. Ja. Also es sind zwiespältige Sachen, die da abgeht. Ich glaube, wenn man das Buch, also als ich das Buch selber gelesen habe, fand ich es nicht so schlimm, aber wenn man es in Revue mal wieder passieren lässt, würde ich das Buch nicht nochmal lesen. Ja, da gibt es auf jeden Fall andere Sachen von Stephen King, die man sich da eher nochmal geben könnte. Ja, auch andere Bücher insgesamt, ne? Es hat 1100 Seiten und, ähm, naja, führt nicht wirklich irgendwo hin, um ehrlich zu sein. Also das, was diese Kuppel dann im Endeffekt ist, und das habe ich ja vorhin wirklich schon ein bisschen zu hart geswollert, tut mir leid, so, aber da wird euch, äh, also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich kenne niemanden, der sowas gut finden würde, glaube ich. Ja. Aber mal abgesehen davon, dass es halt auch ein bisschen schwachsinnig ist einfach, ne? Mhm. Wieso gerade da, wieso noch nie vorher, weißt du? Es ist halt alles so ein bisschen, mhm. Ja, es erinnert mich so ein bisschen an eine Folge von Star Trek, von der alten Serie. Für mich erinnert das an eine sehr schlechte Folge Twilight Zone, die aber leider irgendwie vier Stunden geht. Oh ja, das ist auch ein sehr guter Vergleich, ja. Aber so eine richtig schlechte Twilight Zone-Folge. Das wäre halt eher was für eine Kurzgeschichte gewesen, glaube ich. Ja, finde ich auch. Also, naja, also die Arena hat 1.100 Seiten, kostet irgendwie, ich glaube, immer noch 40 Euro. Im Heine Verlag natürlich erschienen. Ja, im Heine Verlag, die sich so super lesen lassen, die Bücher, aber das sage ich noch nicht so, wo auch noch so. Kostet, äh, 13 Euro. Ja. Ja, ist aber auch so ein Schinken, womit die Leute verbrüchen, ne? Oh ja. Oh, es sind sogar 1.296 Seiten. Ja, also, wer das anfangen will, der muss sich auf jeden Fall Zeit nehmen. Naja, da haben wir jetzt ganz schön einen Grungen, wer weckert diese Woche, ne? Ich überhaupt nicht. Ich war sehr zufrieden mit meinem Buch. Ich überhaupt nicht. Wirklich? Ja, also, ähm. Na gut, hast du ja gesagt. Ich war sehr glücklich damit, ja. Ich, ähm, hab ja letzte Woche angekündigt, dass ich hier diesen Vergleich zwischen Vaterland und das Orakel von Berge noch ziehen wollte. Das mach ich dann, äh, nächste Woche. Ja. Hab ich jetzt mit angefangen, mit Orakel von Berge und dann, okay, kann ich nächste Woche da. Willst du dir auch noch die Serie angucken, oder ähnlich? Ich hab ein paar Folgen davon gesehen, war aber jetzt nicht so angefixt, um ehrlich zu sein. Ne? Hm. Ich fand die gut. Das, äh. So ist ja auch. Ich werd immer von einigen Sachen bestimmt, also, irgendwie dann abgestoßen und hab ich das halt einfach irgendwie nicht mehr. Hm. Um abgesehen davon, dass man dann auch nicht so viel Zeit hat. Guck dann auch gerne mal Sachen, die ich schon kenne, einfach. Weil ich weiß, dass... Guck die Serie The Middle. Ha? Die ist gut. Die ist lustig. Ist mit dem Hausmeister von Scrubs, ne? Genau, ist mit dem Hausmeister von Scrubs. Das ist einer der besten, ja, Sitcoms ist es ja nicht, oder? Ja, ich glaub schon. Da lacht keiner im Hintergrund, deswegen ist es keine Sitcom. Ja, aber es muss ja nicht unbedingt Lache geben, damit es ein Sitcom ist. Nein? Ne. Ich dachte, das wäre ein Kriterium davon. Naja, gut, ist eine Sitcom. Auf jeden Fall ziemlich lustig und halt auch nicht so pseudowitzig, wie bestimmte andere Serien. Fake Day Theory. Ja, fürchte mich. Ui, 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 da hat was was gesetzt. Ja, guckt euch das an. So, hast du noch Musikempfehlungen für unser Ende hier? Ähm, ja, hab ich tatsächlich. Und zwar? Ja, ich hab ja am Anfang von DOS9 gesprochen, dem Rapper und der hat zusammen mit... Wie die in Programmiersprache. Irgendwie schon, ne? Ich benutze DOS9. Ähm, ja, DOS9 hat zusammen mit Pierre Sonality als die Krassesten ihr zweites Album veröffentlicht, namens Alexander Markus. Ähm, und das ist sehr gut. Bisschen arrogant, bisschen arrogant. Die Krassesten. Es ist aber auch schon berechtigt. Ähm, und, äh, ja, ihr könnt euch... Es gibt zwei Videos auf YouTube, ähm, die Lieder haben halt sehr merkwürdige Namen, das sind nur Zahlen. Ähm. Und die wollen dir gerade nicht einfallen? Ne, warte, aber deswegen guck ich ja nach. Boah. Ja, heftig. Und zwar, das eine Lied heißt 2243. Ah, das war ein PIN-Code. Und das andere 128. Ähm, da gibt's auch sehr schöne Videos zu, gerade 128. Ähm, wer gerne Fressflash von gewissen Dingen bekommt, ähm, wird das Lied, glaube ich, sehr gut nachvollziehen können. Äh. Ja. Meinst du etwa von verbotenen Substanzhünd? Nein. Nein. Natürlich nicht. Sowas wollen wir hier gar nicht, äh, fördern. Ne, überhaupt nicht. Ich, ähm, ja, hast du denn noch was? Äh, ja, ich hab letzte Woche, wollte ich das eigentlich schon vorstellen, als Kontrast zu meinem sonst so, naja, sagen wir mal, härter ausgeprägten Musikgeschmack, hatte ich dann mal The Black Keys mit am Start. Ach ja, sehr, sehr cool. Rock, Blues, keine Ahnung. Ja, Blues, Rock. Blues, so, ne? Äh, haben ziemlich coole Lieder. Ja, also Brothers ist eines meiner Lieblingsalben, tatsächlich, so, was die letzte Jahre rauskam. Ich mag das El Camino am liebsten. Aber die, also ja, die haben auf jeden Fall sehr, sehr gute. Da ist Lonely Gold drauf, glaub ich, ne? Mhm. Auch ziemlich viele bekannte Sachen, die werden auch öfter gerne in Filmen und so benutzt. Ja. Also wenn ihr euch mal was anhören wollt, hört euch mal Gold on the Ceiling an, von The Black Keys auf YouTube. Nicht unbekannt, aber ziemlich geil. Ja, auf jeden Fall. Insgesamt ist die Band ziemlich cool. Ich hab mir dieses El Camino Album gekauft und das kann man rauf und runter hören, so ohne Probleme. Ja. Also empfehlenswert. Also empfehlenswert. Ich hab ja auch wieder Bock auf die bekommen, schon ewig nicht mehr gehört. Ne, sehr gut. Ja, das war's dann auch eigentlich schon, ne? Ja, schon. Forscher auf nächste Folge, keine Ahnung. Janik wird vielleicht wieder dabei sein. Ja, so wie es aussieht, wird er dabei sein. Und er wird kein schweizerisches Intro, bayerisches Intro mehr ertragen. Schade. Schade. Ja, aber sonst könnt ihr euch dann auf meinen Vergleich freuen zwischen den beiden Büchern. Ich bin sehr gespannt. Also wie gesagt, die Thematik ist ja super spannend und wie gesagt, ich mochte Man in der Highcastle ja ganz gerne. Mal schauen. Das nächste Folge bin ich auf jeden Fall durch. Okay. Bleibt gespannt. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, macht euch eine schöne Woche, beziehungsweise zwei schöne Wochen und dann im Freitag bis zwei Wochen. Da hören wir uns dann wieder. Super Abmoderation. Toll, ne? Ja. Ich bin ein Natur-Talent. Wir brauchen Janik wieder. Es läuft sonst nicht. Nein. Lest was Gutes und wir hören uns. Macht's gut.